Musik Ja, liebe Zuschauer, die Zeit vergeht uns schon, stehen wir wieder auf der Bühne unseres Theaters hier in Senftenberg aufgeführt. Eine Weihnachtsgeschichte von Charles Diggins in der Regie von Alejandro Quintana. Und dieser ist einer der gefragtesten Regisseure im deutschsprachigen Raum. Er ist Schauspieler, er ist Regisseur, er war Schauspieldirektor in Rostock, in Heilbronn und in Cottbus natürlich. Er hat in Senftenberg inszeniert, damals Antigone und Macbeth. Jetzt ist er wieder zurückgekehrt und ich sage ein ganz herzliches Willkommen, Alejandro Quintana. Eine schöne Rückkehr, eine Rückkehr, die du gerne gemacht hast? Unbedingt, eine freiwillige auf alle Fälle. Ich hatte Senftenberg in sehr guten Erinnerungen. Wir haben damals zwei spannende Produktionen gemacht und jetzt hat Manuel Sauberon, der Intendant, mir diese Geschichte angeboten. Und es ist einer der Stücke, die ich sehr gerne öfter machen würde, weil mit einem Mal kann man nicht alles entretzen, was drin ist. Was ist das Reizvolle für dich an dieser Inszenierung, Christmas Carol, eine Weihnachtsgeschichte von Charles Diggins? Es ist eine Urgeschichte von über 200 Jahren her, aber die so extrem aktuell ist. Es geht um Gier, es geht um Liebe, es geht um Einsamkeit, es geht um Fantasie, es geht um Solidarität, um Miteinander, um Ausgrenzung. Das sind die Themen, die uns beschäftigen. Es ist eine große moralische Parabel, die Diggins dort erzählt. Vielleicht ganz kurz etwas zum Inhalt, vielleicht zwei, drei Sätze dazu. Ja, ein sehr reicher Mensch, ein Finanzmensch, ein Geldleiher oder Verleiher, wie man das heißt. Ein geiziger Mensch, ist kurz vor Weihnachten. Er hält nicht davon, er hält nicht von Miteinander, sondern ist nur fokussiert auf Profit. Sein toter Kompagnon, sein Partner, der vor sieben Jahren gestorben ist, auch an Weihnachten erscheint in ihm und sagt, weißt du, ich glaube, du musst dich besser, du musst dich verändern, sonst wird dir genauso ausgehen wie mir. Werdsch, jetzt sind Sie da! Gut! Was soll der Unsinn? Ähm, wieso? Verschwinden Sie! Gut! Mir ist irgendwas faul, Mali. Jetzt, ne! Hey! Hey, Läger! Skrush! Hilf mir! Skrush! Hilf mir! Du bist tot! Und er leidet sehr natürlich, befindet sich in einem Golgotha-Weg, so zu sagen, und vaticiniert, dass drei Geister ihn besuchen werden, und er hätte die Chance, über sein Leben nachzudenken. Und das ist ein gefundenes Fressen für Theater, weil drei Geister sind, drei verschiedene Haltungen, und wir erleben eine Art Läuterung, Weg, ein deformierter Mensch. Es ist also, wenn auch Charles Dickens sagt, eine Weihnachtsgeschichte, ist es ja doch ein Stück Weihnachtsmärchen. Es ist ein Märchen, in erster Linie, es ist viel Fantasie, viel Surrealität, wie gesagt, Geister entstehen, diese Figur macht eine Reise zurück in seine Kindheit, wir sehen eine Erwachsene, sie selbst als Kind zu sehen, zu spielen. Es gibt viele Überraschungen, das Bühnenbild auch unterstützt das sehr, es ist ein bisschen Materialschlacht, es ist eine Art Luxusproduktion, das Theater hat uns allen Mittel zur Verfügung gestellt, wir haben sogar einen Komponist, was heutzutage nicht mehr gängig ist, Benjamin Ritz, ein sehr junger Musiker. Darauf würde ich gleich mit dir zu sprechen kommen. Herr Alejandro, ich will nur sagen, das Stück ist also von hoher Aktualität, welches Alter sollte dieses Stück besuchen, oder ab welchem Alter können die Kinder hierher kommen, oder auch Erwachsene? Es ist eine Familienvorstellung ab sechs Jahren, die Kinder brauchen schon ein bisschen so einen Überblick über unsere Welt, die Welt der Ausländer, äh, nicht der Erwachsene, meine ich. Die anderen, ja, die anderen, die waren es. Was geht dich das an, ob jemanden geholfen wird? Hilfe. Warum solltest ausgerechnet du dich für jemanden einsetzen? Schließlich gibt es doch immer noch Gefängnisse. Du hast es gerade angesprochen, es ist extra ein Komponist dafür engagiert worden? Ja, Benjamin Ritz, sein Kollege aus Dresden, die auch hier in Senftenberg öfter gearbeitet hat, und das ist auch ein Geschenk, ne, wenn du selber, sagen wir, die Musik besonders für das, was du dir vorstellst, mit Schauspielern komponiert wird, das ist wunderbar. Aber die Musik ist dann auch letztendlich nur ein Teil davon, denn der zweite ist natürlich dieses großartige Bühnenbild. Ja, da hatte ich das Glück, Andrea Eisensee zu gewinnen. Sie ist eine sehr erfahrene Bühnenbilderin, mit der wir in verschiedenen Theatern schon gearbeitet haben. Sie macht viel Musiktheater. Das Stück braucht auch so ein bisschen, wir nehmen das eine gewisse Opulenz, ne. Und ich glaube, wir sind sehr nah, das zu kommen, an die Vorstellungen, die wir hatten. Ich kann dir sagen, es geht ein großes Raunen, eine große Begeisterung deiner Inszenierung voraus. Alle, die schon mal reinschauen durften, kommen raus mit offenen Mündern und sagen, wahnsinnig toll, was Alejandro Quintana da gemacht hat. Wir freuen uns auf dieses Weihnachtsmärchen. Und wir wünschen dir natürlich, das darf ich jetzt schon mal sagen, ich weiß, wir wünschen dir dafür ein ganz herzliches Toi, Toi, Toi. Schön, dass du da bist und schön, dass du wahrscheinlich wiederkommst. Ja, hoffentlich. Ich freue mich sehr auf Freitag und wünsche uns alle noch viel Glück. Freitag und wünsche uns alle noch viel Glück. Ich freue mich sehr auf Freitag und wünsche uns alle noch viel Glück.